Start Deutsch 2 – Material zur Prüfungsvorbereitung Modelltest von Regine Grosser Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Hören Teil 1 – Beispiel Guten Tag, hier ist das Praxisteam Dr. Hoh und Dr. Schöneck. Leider rufen sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir haben täglich, außer Mittwoch, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Einlass 15 Minuten vor Praxisöffnung. Ab Donnerstag sind wir bis zum 22. August in Urlaub. Auf Wiederhören Hören Teil 1 – Beispiel Guten Tag, hier ist das Praxisteam Dr. Hoh und Dr. Schöneck. Leider rufen sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir haben täglich, außer Mittwoch, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Einlass 15 Minuten vor Praxisöffnung. Ab Donnerstag sind wir bis zum 22. August in Urlaub. Auf Wiederhören Nummer 1 Hallo Ellen, ich bin schon im Büro und wollte die Briefe für Frau Dr. Neumann ausdrucken. Leider haben wir kein Papier mehr und die Druckerpatronen sind auch leer. Kannst du Papier und Druckerpatronen mitbringen? Ach nein, entschuldige. Die Druckerpatronen werden heute geliefert. Also nur das Papier. Danke und bis gleich. Tschüss! Nummer 1 Guten Tag, Frau Ehlers. Hier ist Mittenmang von der Springerapotheke. Ihre Tabletten sind heute Morgen eingetroffen und Sie können sie heute abholen. Der Hustensaft, den Sie bestellt haben, ist noch nicht da. Er wird aber heute Abend geliefert und liegt dann ab morgen für Sie bereit. Auf Wiedersehen! Nummer 2 Nr. 3 Benni, hier Max. Nr. 3 Benni, hier Max. Ich habe dir vorhin meine Telefonnummer von zu Hause gegeben. Ich bin jetzt aber nochmal unterwegs. Ruf mich auf dem Handy an. 0151 20 22 836 Nr. 4 Tschüss! Nr. 4 Wir kommen also an diesem Freitag um 16.32 Uhr am Hauptbahnhof auf Gleis 6 an. Es ist nett, dass du uns abholst. Wir haben in Wagen 102 Fensterplätze reserviert. Nr. 5 Guten Tag, Biergarten Pfister hier. Sie haben sich bei uns für einen Ferienjob als Kellner vorgestellt. Wenn Sie möchten, können Sie gleich diese Woche anfangen. Die Arbeitszeiten sind immer Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Diese Woche arbeiten Sie aber nicht als Kellner, sondern in der Küche. Geht das? Nr. 5 Guten Tag, Biergarten Pfister hier. Sie haben sich bei uns für einen Ferienjob als Kellner vorgestellt. Wenn Sie möchten, können Sie gleich diese Woche anfangen. Die Arbeitszeiten sind immer Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Diese Woche arbeiten Sie aber nicht als Kellner, sondern in der Küche. Geht das? Hören Teil 2 Beispiel Achtung Autofahrer! Über die Heerstraße führt am Samstag der Marathon. Hier gibt es eine Sperrung von 4 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Wegen eines Stadtfestes ist die Müllerstraße den ganzen Sonntag gesperrt. Und wegen eines Feuerwerks auf dem Titanenberg ist das Parken auf dem Parkplatz dort das ganze Wochenende verboten. Nummer 6 Und hier eine wichtige Durchsage. Die Notrufnummer 110 der Polizei ist gestört. Rufen Sie in Notfällen bitte die Feuerwehr an. Die Feuerwehr hat die Nummer 112. Nummer 7 Feuerwehreinsatz. Seit gestern brennt bei der Ortschaft Brietzen im Landkreis Teltow, Fläming, ein Wald. 34 Familien aus einer Gartensiedlung mussten ihre Häuser verlassen. Sie schlafen jetzt in einer Schule. Wann sie wieder zurückkehren können, ist noch unklar. Nummer 8 Achtung S-Bahn-Fahrer. Die S-Bahn-Strecke ist zwischen Berliner Tor und Hauptbahnhof gesperrt. Es fahren von Freitagabend 22 Uhr bis Sonntagmorgen 6 Uhr keine Züge. Wenn Sie in der Zeit zum Hauptbahnhof wollen, nehmen Sie bitte den Bus 248. Nummer 9 Ab heute können Sie wieder wie jedes Jahr in den Messehallen unter dem Funkturm die Gastronomie-Messe besuchen. Kaufen Sie sich ein Tagesticket für 14 Euro und Sie können Bier und Bratwurst probieren, aber auch Kaffee aus China, scharfe Soßen aus Argentinien oder salziges Eis aus den USA. Nummer 10 Alle kleinen Verkehrsteilnehmer können heute vor der Polizeistation Nord ihre Fahrräder überprüfen lassen. Kinder von sechs bis zehn Jahren, die ein Fahrrad haben, sind an diesem Samstag ab elf Uhr herzlich eingeladen. Die Polizei kontrolliert die Vorder- und Rücklichter der Fahrräder und sagt, ob das Fahrradschloss sicher ist. Du hast doch morgen mündliche Prüfung, Hanna. Erinnere mich bitte nicht an meine Prüfung. Ich habe so einen Stress. Wenn du heute noch ein bisschen in deine Bücher schaust, klappt das bestimmt. Heute? Ich muss heute noch so viel machen. Wann soll ich denn meine Prüfung vorbereiten? Mein Computer ist kaputt. Jetzt muss ich um zehn Uhr erstmal einen Computerservice finden. Vielleicht kann man die Daten retten. Nummer 11 12 13 14 15 Oh nein, das ist ja furchtbar. Ja, hoffentlich geht alles gut. Um elf Uhr muss ich schon in der Sporthalle sein. Da findet der Yoga-Vormittagskurs statt. Du weißt doch, ich habe immer schreckliche Prüfungsangst. Stimmt, Yoga ist gut gegen Nervosität. Aber danach hast du doch sicher Zeit zum Lernen. Na ja, der Yoga-Kurs dauert zwei Stunden. Dann habe ich erst einmal Hunger und gehe mit meiner Yoga-Gruppe in die Mensa zum Essen. Im Moment sind Asienwochen und heute gibt es thailändisches Essen. Ich liebe die exotischen Gewürze. Danach trinken wir immer zusammen in der Cafeteria noch einen Espresso. Komm doch mit. Nee, geht leider nicht. Um 13 Uhr habe ich einen Mathe-Test. Vielleicht danach? Nein, danach muss ich den ganzen Nachmittag Geld verdienen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Du weißt doch, ich jobbe in der Buchhandlung Gröner. Da kannst du den ganzen Nachmittag lesen. Hallo? Ich packe die Bücher aus und sortiere sie in die Regale. Ich habe keine Zeit zum Bücherlesen. Schade. Abends hast du Zeit zum Lernen. Leider auch nicht. Ich gehe mit Hugo und Annika ins Kino. Wir sehen uns Iron Man 3 in der Originalversion an. Das hört sich interessant an. Und dann? Dann fahre ich nach Hause. Und dann setzt du dich an den Tisch und lernst. Oder gehst du lieber gleich ins Bett? Normalerweise bin ich nach so einem Stresstag immer sehr müde. Um 23 Uhr schlafe ich sicher schon. Aber nein, stimmt nicht. Meine Eltern und mein Bruder rufen mich aus Mexiko an. Um die Uhrzeit sprechen wir immer noch eine halbe Stunde. Na, dann wünsche ich dir viel Glück für deine Prüfung morgen. Nummer 11, 12, 13, 14, 15 Oh nein! Das ist ja furchtbar! Ja, hoffentlich geht alles gut. Um 11 Uhr muss ich schon in der Sporthalle sein. Da findet der Yoga-Vormittagskurs statt. Du weißt doch, ich habe immer schreckliche Prüfungsangst. Stimmt, Yoga ist gut gegen Nervosität. Aber danach hast du doch sicher Zeit zum Lernen. Naja, der Yoga-Kurs dauert zwei Stunden. Dann habe ich erst einmal Hunger und gehe mit meiner Yoga-Gruppe in die Mensa zum Essen. Im Moment sind Asienwochen und heute gibt es thailändisches Essen. Ich liebe die exotischen Gewürze. Danach trinken wir immer zusammen in der Cafeteria noch einen Espresso. Komm doch mit! Nee, geht leider nicht. Um 13 Uhr habe ich einen Mathe-Test. Vielleicht danach? Nein, danach muss ich den ganzen Nachmittag Geld verdienen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Du weißt doch, ich jobbe in der Buchhandlung Gröner. Da kannst du den ganzen Nachmittag lesen. Hallo? Ich packe die Bücher aus und sortiere sie in die Regale. Ich habe keine Zeit zum Bücherlesen. Schade. Abends hast du Zeit zum Lernen. Leider auch nicht. Ich gehe mit Hugo und Annika ins Kino. Wir sehen uns Iron Man 3 in der Originalversion an. Das hört sich interessant an. Und dann? Dann fahre ich nach Hause. Und dann setzt du dich an den Tisch und lernst. Oder gehst du lieber gleich ins Bett? Normalerweise bin ich nach so einem Stresstag immer sehr müde. Um 23 Uhr schlafe ich sicher schon. Aber nein, stimmt nicht. Meine Eltern und mein Bruder rufen mich aus Mexiko an. Um die Uhrzeit sprechen wir immer noch eine halbe Stunde. Na, dann wünsche ich dir viel Glück für deine Prüfung morgen. Aber hier wie bei uns. Ich gehe mit ihm zurück. Vielen Dank.